Das süße, flüssige Gold der Bienen, der Honig. Viele nutzen das zum Essen, schmeckt den anscheinend sehr gut, ist auch sehr süß. Ich habe meinen effektiven Mikroorganismen, die ich jetzt gerade im Einsatz habe, probiert damit zu vermehren, hat sehr gut geklappt. Und dieses Mal nehme ich euch jetzt einfach mal mit, mit meiner Erfahrung. Ich habe einen regionalen Honig hier bei mir im Dorf, meinem Freund, unterstütze ich auch damit bei seiner Tätigkeit und vermehren wir nochmal effektive Mikroorganismen gemeinsam. Was brauchen wir jetzt alles, um unsere eigenen effektiven Mikroorganismen zu vermehren? Also einerseits brauchen wir jetzt hier so einen 10 Liter Kanister, die sind lebensmittelechter, die habe ich von meinem Nachbarn. Hier sind meine alten effektiven Mikroorganismen und den möchte ich jetzt erstmal befüllen. Und da tue ich jetzt zuallererst erstmal hier in dem Messbecher den Honig abfüllen und auch ein bisschen mit Wasser vermischen. Das ist jetzt ungefähr 10 Liter, das heißt, dass ich ungefähr 500 bis 700 Gramm an Honig nehme, den vermische und den Rest dann mit den effektiven Mikroorganismen ungefähr 1 Liter auffülle und dann den Rest mit Wasser. Nun, nachdem ich den Honig abgefüllt habe, werde ich jetzt ungefähr 1 Liter meiner alten effektiven Mikroorganismen, die ich jetzt schon das dritte Mal vermehre, hier in den Messbecher reinfüllen und dann auch gleich mit in den Kanister reingeben. Zum Abschluss wird jetzt alles nochmal mit lauwarmen Wasser aufgefüllt und dann nochmal kräftig durchgeschüttelt. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen über die effektiven Mikroorganismen sprechen. Das ist ja in dem Zusammenhang schon markenrechtlich geschützter Name. Da werden viele verschiedene Bakterien, Stämme zusammengefasst, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien und weitere Bakterien, die halt dafür sagen, dass schneller Leben in den Garten jetzt zum Beispiel kommen. Ist jetzt alles Richtung Geld und Kommerz gegangen, da wird eine riesen Marketingkampagne und Verkaufssache daraus gemacht. Muss eigentlich auch gar nicht so sein, genauso wie mit dem Bokashi einmal. Ich habe mir jetzt diese Urlösung vor drei Jahren damals für 30 Euro gekauft. Muss auch nicht sein. Man kann es zum Beispiel, wie ich vorher erzählt habe, mit Sauerkraut, Saft zum Beispiel, Brottrunk, Kambodscha, Kimchi und anderen Fermente kann man auch seine eigene Urlösung von Photosynthese, äh nicht Photosynthese, von unseren Milchsäuren Bakterien ansetzen. Kann man jetzt zum Beispiel machen, dass ich das einfach abfüllen, auch vom alten Bokashi zum Beispiel. Was ich auch noch mache, ist halt mein Regenwasser nehmen, wo ich halt meine zum Beispiel meine Gartengeräte sauber mache. Da kommt Erde mit rein, da ist auch manchmal Laub mit drin oder Pflanzenreste. Zersetzt sich natürlich auch, da kommen vielleicht noch Algen mit rein, könnt ihr auch alles nutzen. Das sind einfach nur Bakterien, die halt dabei helfen, ja das Bodenleben wieder zu fördern. Also effektive Mikroorganismen sind kein Muss, wie gesagt wird, ist auch kein Wundermittel. Es hilft einfach nur schneller, es, man bringt halt dann indirekt sozusagen die Bakterien mit in seinen Garten mit ein und es geht halt einfach schneller. Man braucht das nicht, wenn man mulcht und naturnahe Gärtnern, dann stellt sich das auch von alleine ein. Und wie gesagt, das mit dem Honig habe ich jetzt einfach ausprobiert, weil ich jetzt anstelle von dem Zuckerrübensirup, den ich immer genommen habe, einfach mal hier was tun möchte und hier meinen Imkerfreund hier regional unterstützen möchte. Er hat mich natürlich auch angelernt, hat mich so auf den Weg zur Permakultur gepasst und ich möchte ihn einfach auch noch ein bisschen unterstützen. Auch wenn ich, ja das Imker-Dasein bzw. das mit dem Honig gewinne, finde ich keine schöne Sache. Wird dann auch dazu später, wenn die Zeit dazu kommt, auch noch einige Videos machen. Das ist halt jetzt in unserem kapitalistischen System, sodass man halt hier Honig gewinnt und die Bienen ausbaut. Das ist aber wie gesagt ein anderes Thema für sich. Diese Mikroorganismen nutze ich jetzt gerne zum Beispiel, um meine Pflanzenkohle in Bokashi aufzuladen oder wenn ich zum Beispiel Pflanzenkohle im Kompost habe und beimpfte dann damit meinen Kompost. Das kann man auch zum Beispiel machen, wenn ich große Riesenmenge an Grasschnitt habe, weil es fängt schnell an zu schimmeln, damit ich halt effektive Mikroorganismen mit eingebe, um ein gewisses Gleichgewicht auch zu schaffen. Und so tue ich dann auch ein bisschen meine Jungpflanzen auch mit Leben, ja, begießen, damit die auch kräftiger wachsen und auch immer ein bisschen in die Mulche einfach um das Leben mit einzubringen. Das kann man jetzt zum Beispiel mit den effektiven Mikroorganismen machen. Das war jetzt nochmal, ja nochmal ein kleines Update von mir, wie ich jetzt meine effektiven Mikroorganismen neu ansetzen werde und meine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch einfach, um das wieder ins Gedächtnis sozusagen zu rufen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne freue ich mich auch, wenn ihr eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt, ob ihr effektive Mikroorganismen zum Beispiel nutzt oder kein Freund davon seid. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählt, ist auch das Projekt auf Social Media Plattform teil, hilft mir wirklich sehr. Ja, ein großes Publikum mehr Menschen zu erreichen, damit wir uns gemeinsam der Natur widmen und ich weiterhin für euch dieses Projekt machen darf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und genießt jetzt eigentlich mal die schöne Zeit im Garten. Ja, wie gesagt, wirklich sehr schön jetzt die ganzen Bienen und Insekten zu sehen. Die Pflanzen, wie sie wachsen, ist einfach ein Traum. Und bei dem Sonnenschein möchte ich euch jetzt nicht mehr lange an die Folter spannen. Geht raus. Wir sehen uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.